Los geht's! Ich glaube, das war sogar ziemlich cool, wenn ich mich richtig erinnere. Au! Scary! Ich habe keine Idee, wenn sie gegen uns sind. Was? Ich habe meine Hände. Ich bin dein Bestes, Leute. Ich bin dein Bestes, wenn wir hier sind. Voll gut! Einfach die größte Wespe der Welt. Ich habe sie einfach um die halbe Map geworfen, Mann. Das ist es! Was ist da, Biggie? Ich bin leider halt auch voll Team Noctis. Noctis und Eris, wenn ich ehrlich sein soll. Ich finde, die sind so cute zusammen. Ich bin gerade fertig mit 3D-Modeling und echt sleepy. Oh mein Gott, ich wollte auch mal 3D-Modeling lernen. Weil das halt echt für Video-Editing und so ein Kram ultra praktisch ist, wenn man das kann. Aber ich war immer zu faul dazu. Verdammt. Okay, das ging schneller als ich dachte. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich noch hier übernachten gehen. Das ist eigentlich ziemlich super. Ey, das ist doch kein Feuer. Das ist gelb. Ja, ja, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Schlauch ganz schön. Ja, aber das tut ja jeder Job. Also, halt alles. Wenn ich jetzt ein Video 18 Stunden editiere, dann schlaucht das auch irgendwann. In daher... Das ist okay, das ist okay. Was haben wir denn hier? Eingruckskraft plus 80. LP plus 500. Meh. Ich will das hier haben. Das sieht übelst nice aus. Wo auch immer ich das hier habe. Mogul-Mog-Mogi-Us. Oh mein Gott, ich sehe jetzt erst, dass das so ein kleines Mogul-Gesicht da drauf hat. Wer ist denn weiter in Pizza? Aber ja, ich bin ein bisschen neidisch darauf, dass du das kannst. Das finde ich voll cool. Was modelst du? Uh, das nehme ich. Das auch. Der Rest nicht. Was? Das habe ich nicht gesehen, Mann. Das habe ich nicht gesehen. Aber okay, okay, verdammt. Vielleicht haben wir es in den Fotos gespeichert. Wo konnte ich hier? Galerie? Fotos? Promptos-Fotos? Verdammt, ich stand da nicht im Hintergrund, ne? Ah! Verdammt. Egal, was soll's. Haben wir erfolgreich übernachtet? Es ist so dunkel hier. Ja, es ist 8 Uhr morgens. Okay, es ist alles gut. Los geht's. Ein Abschlussprojekt in 3D-Design. Boah, Ostunruf startet aus Majora's Mask nach. Oh mein Gott, voll cool. Wenn du das irgendwann zeigen darfst, musst du dir das auf Twitter mal schicken. Ich würde sehr interessieren, wie das am Ende aussieht. Das ist eine Art von der Zeit. Ja, aus dem Wasser zu jarren. Oh! Ja, aus dem Wasser zu spät. Oh! Dich! Oh! 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 Ich sehe halt nichts, weil es einfach richtig, richtig dark ist gerade, Mann. Okay, wir haben auch Blitz voll und... Eis haben wir da mitten auch gefüllt. Sehr gut. Ich bin dafür, dass wir übrigens, sobald wir den Wald abgeschlossen haben, wie mit dem Terra Wars Quest anfangen. Wenn es halt eh um die Ecke ist, macht es ja Sinn, dass wir das ja als nächstes machen. Ich hoffe, Level 40 reicht dafür. Ah, guck mal. Plötzlich wird es wieder heller. Und schau mal, was für ein special Friend auf uns wartet, Mann. Ja, ist gut. Oh mein Gott. Oh Gott, was ist mit dem Kram hier gerade, Alter? Oh, nice. Ha, ha, ha. Mega cool. Oh Gott, was ist mit dem Kram hier gerade, Alter? Oh Gott, was ist mit dem Kram hier gerade, Alter? Oh Gott, was ist mit dem Kram hier gerade, Alter? Oh Gott, was ist mit dem Kram hier gerade, Alter? Oh Gott, was ist mit dem Kram hier gerade, Alter? Oh Gott, was ist mit dem Kram hier gerade, Alter? Oh Gott, was ist mit dem Kram hier gerade, Alter? Oh Gott, was ist mit dem Kram hier gerade, Alter? Oh Gott, was ist mit dem Kram hier gerade, Alter? Oh, holy shit, Brudi. Nice. Oh, das war cool. Ich weiß nicht, warum die Kamera so stuck ist, aber das war cool. Mega cool. Mega cool. Super cool. Feels good to get it done. Das war ziemlich süß, ehrlich gesagt. Nicht vergessen, dass wir das auch im Ego-Modus spielen können. Ich glaube, das geht in Final Fantasy VII Remake auch. Ich finde das cool, dass man das so machen kann. Gibt es eine VR-Mod dafür, dass man das im VR-Modus spielen kann? Dann werde ich das, glaube ich, sogar mal machen. Hark, hark. So. Vereilen wir uns, dass wir zurückkommen. Hier laufe ich jetzt auch einfach mal vorbei. Ich laufe einfach mal an allem vorbei. Ich möchte ganz schnell zur Terra Wars Quest. Ich will wissen, was mich da erwartet. Ich habe die noch nicht gesehen. Und ich habe noch nie was dazu gemacht. Ich weiß noch, dass sie existiert. Meine Güte, was hier abgeht. Wurde gar nicht die Frage gestellt, ob ich wieder an den Anfang des Dungeons zurück möchte. Hm. Ich muss tatsächlich auch den Weg runterlaufen. Aber sogar mein Choco wartet da unten noch. Voll cool. So, hier irgendwo war die, ne? Über der Brücke irgendwo, glaube ich. Okay. Ich dachte, das würde voll schnell gehen, dass ich jetzt mich einfach runterwarf. Aber das war echt ne, ähm, ne doofe Idee. Äh, warte. Okay, zuallererst können wir nicht. So, jetzt können wir aber. Während die auftauchen. Aufgaben. Hier. Äh, ist nicht vorbei. Nicht so, dass wir also nicht so Japan die Glocke nehmen. Okay, wir kommen hier. Okay, wir werden jetzt noch nicht so. Okay, das ist so jetzt schon wieder. Okay, jetzt Test haben wir vielleicht schon wieder. Und dann müssen wir sie einfach nicht so für heute heute gehen. Okay, jetzt du jetzt noch mal wieder. Okay, wir machen ja da. So, dann machen wir mal. Danke für den Rettung. Hiso, Hiso. Hiso, Hiso, ich bin auf dem Weg. Okay, los geht's. Okay, los geht's.